Sieht eigentlich so aus, so wie sonst. Oh, bloß das jetzt Winter ist. So, dass das jetzt Winter ist, wie gesagt. Und einige Häuser abgefackelt sind. So, hier. Äh, genau hier? Ich denke, hier wird eine Pfeile liegen oder was? Ich werde auch nicht so schnell lesen, was da auf dem Bildschirm stehen. Nö, sinnlos. Ich rufe für den Köder. Brauche ich jetzt überhaupt Köder? Auf mein Pferd kann ich rufen. Null von 10? Naja. Naja, dann... Ich bin zwar jetzt mein Pferd rufen, aber ich bin ja sowieso gleich da. Und... Ich genieße eher, hier so rumzurennen. Also, mir macht's Spaß. Oh, hier ist verdroht das. Achso, den hätte ich mal häuten sollen. Nö, die anderen auch. So. Habe ich ganz vergessen, dass ich die hier häuten kann. Ach, scheiße. Ich seh jetzt schon. Oh, Mann. Das hab ich immer gehasst. Die fetten Bäume hochklettern. Im Grenzland. Ah, das war immer so scheiße. Und da ist ja noch die fette Weide. Die wird ja bestimmt noch beschissen. Beschissener sein. Beim Hochklettern. Oh, ja. Okay, so, ja. Oh, scheiße. Jetzt hab ich immer gelegt, äh... Ja, ist klar... Ist er wieder noch weiter? Oder? Nee, rüber soll ich. Wo soll ich noch rüber? Achso, ich muss den erstmal anlabern. Ooooooh, ich trottel. Wie gefährlich ist es? Jede Reise in die Geisterwelt ist einzigartig. Für einige ist das sehr gefährlich. Du wirst deine Antworten ganz oben in der Weide haben. Ganz oben. Na, da bin ich gespannt. Also nochmal. Tag rein, das ist ein Richtiges. Tag rein, das ist ein Richtiges. Tag rein, das ist ein Richtiges, ich weiß nicht. Aber was equipo, wenn ich dieses Richtiges habe, hast du das Gefühl? Ja, da bin ich mich. Ich werde mich nicht überführen. Der Kredit ist Patreon. Und da mir geht's spannend. Ach, so kalt. Das ist der einzige Weg. 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 Vielen Dank.